So, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Problem ist, ich hatte nicht mal eine Karte. Ich weiß nicht mal, wo lange ich muss. Warte ich kurz. Okay, also ich bin jetzt drinnen. Ja. Ich habe keinen Flug-Pokémon, obwohl warte. Scheiße. Karte. Karte. Dicker, um nach Einhalt zu kommen, muss ich doch zum Hafen. Du brauchst aber vier Orden, Dicker. Ich habe fünf Orden. Ich weiß nicht welcher Hafen. Und ich bin gerade Arsch der Welt. Wo bist denn du? Soll ich zur... War das nicht... Warte mal. Dicker, bei mir ist noch relax vom Weg, Amona. Sorry, muss ich zur Slate-Port-City oder die... Grafett-Port. Grafett-Port? Grafett? Bei mir sind die Städte auf... Dicker, war Grafett nicht Smaragd? Ja, ist noch mal. Dicker, ich bin bei Dings hier. Das ist Feuerrot. Ganz, ganz kurz. Warum sind meine Städte... Englisch? Was ist ein Grafett-Port in Englisch? Mauville City? Äh, warte kurz. Machen wir die Sprache an was, Dicker. Wie denn? Da... Da steht's irgendwie. Einstellung. Ist schon auf Deutsch. Hä? Liegt daran, glaube ich, dass ich ähm... Englisches Mag untergeladen habe. Kann das sein? Aber jeder von uns hat Englisch untergeladen. Ach so? Oh Dicker, ich bin hier sogar. Ich brauch aber vier Orden. Bist bei Kanto? Ich bin... Dings hier. Ja, ich bin der Erste, ich bin Höhen. Fuck, was soll ich denn jetzt machen? Na, Erste war Kanto, oder? Erste ist Kanto, ja. Ja, ich bin bei Kanto. Wie macht die Sprache? Bist bei Feuerrot und so? Ja, ja. Einstellung. Die Sache ist, ich bin hier auch. Bei Hafen. Der Typ meinte, äh... Pass-Service ist nicht da. Du brauchst mindestens vier Orden. Um eine neue Region zu reisen. Haken auf Karte. Ne, die Städte sind immer noch auf Englisch. Soll ich einfach kurz ein deutsches Mag unterladen? Nein, nein Bruder, soll ich dir mal Dings zeigen, wo du fliegen musst? Sag mal. Stimmt, MAU-WL. MAU-WL? Ja, nicht Salterport, sondern MAU-WL. Okay, da muss ich... Da hab ich's auch repiel role runterleuchen. Erp... Da hab ich's auch reörung bande rien Grade ausrecht. Jaja, das war, weil wir Englisch bei Us responded haben John Julian... Erp... Eja, ohne Spass. Ich mach das kurz auf Deutsch. Ach, Dam tor ist...gleich! Hä?? Ey, Ich bin drin! Ja! Da stand jetzt irgendwas mit werdenden Box gelegt. Jap. Kab fuerte. Ab dem Feuer Gun Chance Schuster. Proben und die Kanzlerin zu hohen Seite drinnen wie Kroft das auf ja du musst dir nicht und werden auch nicht kennen das ich hätte das auch schon bei uns in der Story seitdem ist drin das wird vor so einer Box ich sehe einen Namen ich ja die Stadt doch hier Ja, bei diesem Zimmer hier. Okay, John, mach mal einfach. Wie heißt du überhaupt, Dekar? Ich heiß Javory Bonnie. Wollen wir in einen anderen Channel gehen, wo du ein bisschen leer hast? Ja, lass machen. Warte, nimm kurz euer Pokémon schon. Wähl erstmal Pokémon aus. Warte. Burak, du nimmst Dings. Feuer. Warte mal, ich kann noch kein Pokémon auswählen. Wo könnt ihr schon Pokémon wählen? Weil sie Küsse unten. Welche Küsse? Hier ist so ein Geschenk. Ja, da hin. Überspringt ihr alles, was sie quatschen? Ja. Ich kann schon alles rausnehmen. Okay, ähm. Ich schwöre immer, wenn ich ein Mädchen bekomme, ist immer weggemacht. Was habt ihr genommen, ja? Welches ist das Fall? Dieses Schwein? Ja. Lava. Egal, letztes Mal weg. Egal, ich schwöre diesen Schwein. Okay. Sarah, hast du Serpikoi? Ja, ja. Ich hab jetzt Flank erhalten. So. Lass kurz diese Tutorial machen, danach lass ich gehen. Ja, okay. Jawollski. Boah, der Bastard, warum hat er links genommen jetzt, ja? Wo ist er? Du weißt doch. Du weißt doch alles skippen, was das Zeug hält. Ey, ich kämpfe, ihr auch? Ja. Oh my god. Wie episch. Wie viel Leben habt ihr? Warte. Tari, ich hab immer gehabt, wer eine 90er fährt. Ich schwöre ja. Meiner hat 22 euers. Tschüss, was hast du gemacht? Wie viel hat euer? 21. Tschüss. Meiner steckt weiß doch. Fahr ab. Digga, mein Otarus ist langsamer als dieses Schwein. Hä, warte, es geht doch gar nicht. Doch. Digga, dieser Zapify ist schneller als ich, ich schwöre. Ja, Digga, das ist meine Schätze. Schakt voll ab. Digga, Zapify ist eigentlich einer in der klasse Charter. Ja, Digga. Digga, ich wollte auch Zapify. Was haben wir gemacht? Na ja, jetzt musst du meinem Schwein schütteln. Du weißt, jetzt musst du meinem Schwein schon klarkommen. Jetzt kannst du auch schön mit deinem Schwein spielen. Jetzt ist die ganze Bude, äh, Ich hab schon gewonnen, ja. Wie lange braucht ihr? Du weißt doch. Also ich bin schon beim zweiten Pferd, ich weißt doch. Ach ja. Die ganze Wohnung ist voll dreckig geworden wegen dem Kampf. Oh Digga, ich weiß noch, ja. Ich hab das Spiel so gehypt, Digga. Ja. Sag jetzt auch diese Stadt, wo du gegen diesen dritten Arenaleiter kämpfst. Äh, vergessen, ja. Diese Stadt ist so Dings, so rund. Das ist so 3D mäßig. Digga, das war aber noch X, oder? Ja. Digga, äh, wir kriegen noch so gesehen gleich, wir kriegen so gesehen einen zweiten Starter. Wirst du noch diese drei Affen? Ja, ja. Ja, doch. Warte, warum kämpf ich nochmal? Du kannst gegen beide Digga, jetzt kämpfst du, jetzt kämpfst du die... Habt ihr schon beide gemacht? Ich mach jetzt grad den zweiten. Ja, auch nicht grad den zweiten. Digga, ich verliere. Ja. Was? Otaro. Gehst du mir eben Janna racken? Haram, ich ruhig auch fast vor, dann hätt der Volltreffer gemacht. Tschüss. Otaro soll schwach sein, ja. Ey, ich hab meinem Schweinchen keinen Namen gegeben, er ist einfach nur Floing. Hörschauen. Ich wollte ihn Schweinchen nennen, oder so. Sag Schweinchen. Du weißt doch, ich wollte den Haram nennen. Tantika, ich warte unten auf euch. Okay. Ich hab eben grad die Genre fertig gemacht. Du weißt es doch. So. Wie heißt denn mein Gegner über Batra? Ich... so. Oh man, hab ich Bock auf dieses Game. Okay. Endlich kann ich laufen. Du weißt, dass Harry wartet unten auf mich. Oh Digga, die labern unten viel zu viel. Oh yeah, Baby. Er sagt zu seiner Mutter, Baby. Frack, ja. Volle Bude. Oh ja, Janna, du bist auch da. Oh, was ist das? Irgendwie die reden, Mann. Ja, Mann. Oh shit, jetzt kommt die Mutter. Ach ja, ach ja. Digga, lass mal Channel... Lass einfach Channel... Ganz kurz. Wie wechselt mein Channel? Äh, unten auf Community. Auf dieses... Neben Pokéball Links. Dieses Buch. Okay. Dann geht's auf Channel wechseln. Schon mal kurz. Jetzt kann ich wechseln. Lass auf Channel 4 gehen einfach. Community. Channel wechseln. Channel 4. Ja. Ja. Sollen wir das als bevorzugten Channel setzen? Äh, weiß ich nicht. Ja. Oder heißt der Javily Bonnie? Ja. Warte, ich edit dich kurz. Okay, ich hab... Annehmen. Wechseln. Channel 4. Oh Javily Bonnie. Hi Baby. Oh, sorry. Was geht da, Baby? Bock zu ficken, Baby? Tschüss. Rot und Blau. Du weißt doch. Naruto Versuche. Haha. Spaß, Mann. Komm, warte mit dein Arsch. Aber nicht so schnell. Warte. Warte. Hi Baby, schau oben im Bett. Bisschen kaputt. Aber waren wir trotzdem hoch? Aber immer doch. Aber immer doch. Guck. General aussieht erst bisschen schwarz. Weißt du, oder Hautfarbe? Digga, weiß. Mexikaner. Jungs, Jungs, Jungs. 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 Kennt ihr noch? Ja. Es gibt doch bei schwarz-weiß zwei Arenaleiter bei der achten Arena. Ja, also du. Nein, nein. Einmal dieses alten Mann. Bei schwarze Teil, glaub ich. Und bei weiß Teil einmal dieses Mädchen. Ich weiß nicht. Ja. Das Mädchen sieht genau so aus, wie ich. Guck mal. Tatsächlich. Ich hab' vergessen, ja. Warte kurz. Jungs. Will ich den Müll einmal überprüfen? Du weißt doch. Du weißt doch. Check mal, du für uns ab, du Bussi. Du weißt doch. Geh mal, guck mal, Müll rein. Komm mal, jetzt Küche, Bruder. Ich muss deinen Arsch versolen. Du weißt doch so. Ich stell' mich auf die Theke. Geh mal jetzt was kochen. Was läuft eigentlich im Kansi, ja? Ja. Hört gut. Der Fernseher läuft, aber ich könnte nicht draufklicken. Tschüss. Okay, let's go. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's.